Weils hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Diesmal sprechen wir über einen Beruf, der nicht nur in Pandemiezeiten unendlich wichtig ist. Es gibt rund 1,7 Millionen Pflegende. An der Filderklinik in der Nähe von Stuttgart können Pflegekräfte eine Zusatzausbildung machen in anthroposophischer Pflege. Fünf dieser Schulen gibt es in Deutschland. Was bedeutet genau anthroposophische Pflege und was lernen die Pflegenden dort? Und wie könnte Pflege idealerweise aussehen? Darüber spreche ich mit Rolf Heine. Er ist unter anderem Gründer der Akademie für Pflegeberufe an der Filderklinik. Er ist Präsident des Internationalen Anthroposophischen Verbandes für Pflegekräfte. Und er hat auch schon mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Heine, ich freue mich sehr, dass wir uns hier im Weils hilft Podcast treffen. Ich grüße Sie. Ja, schönen guten Morgen, Frau Genius. Pflegekräfte können eine Zusatzausbildung in anthroposophischer Medizin machen. Über ein Jahr geht diese Ausbildung. Wie kann ich mir das denn anschaulich vorstellen? Also was lernen Pflegekräfte in dieser anthroposophischen Zusatzausbildung? Also wie Sie richtig sagen, es ist eine Zusatzausbildung. Das heißt, man hat einen Pflegeberuf abgeschlossen und interessiert sich nun für eine Pflege, die ja vielleicht noch mehr an die eigenen Ideale, die ich in der Pflege vermirklichen möchte, herankommt. Also eine Pflege, die mehr am Menschen dran ist, die dem Menschen gut tut und ihm nicht alleine dabei hilft, die medizinischen Prozeduren eines Krankenhausbetriebes irgendwie nur mehr oder weniger glimpflich durchzustehen. Und dafür ist es notwendig, dass man bestimmte Skills lernt, Skills, also Fähigkeiten sich aneignet. Aber auch, dass man nochmal darüber reflektiert, was ist eigentlich meine Aufgabe innerhalb eines Krankenhauses oder innerhalb eines Altenheims oder auch in der ambulanten Pflege. Können wir es vielleicht einmal an einem konkreten Beispiel festmachen? Also zu den Skills gehören zum Beispiel die äußeren Anwendungen, die wir hier lernen. Das sind Wickel und Auflagen auf der einen Seite, die bei zahlreichen Erkrankungen, akuten und vor allem chronischen Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen. Jetzt auch in der Covid-Pandemie hat die Behandlung zum Beispiel mit Schafgaben, Lungenwickeln, sehr gute Dienste geleistet in der Verbesserung der Atmung für Patienten, die jetzt nicht in den Pflege wichtig waren, aber die eben doch mit einer Covid-Erkrankung hier ins Krankenhaus gekommen sind. Wenn Sie so einen Wickel ansprechen, können Sie bitte einmal erklären, wie der gemacht wird? Ja, also dieser Schafgabenwickel gehört zur Klasse der feucht-warmen Anwendungen. Das heißt, wir nehmen ein Substanztuch und tränken das mit einem Schafgaben-Tee. Das ist in der Regel Schafgabenkraut. Man kann auch frische Kräuter nehmen, jetzt gerade in dieser Zeit, in der die Schafgabe auch blüht. Dann wird dieses Substanztuch eben in diesen Tee eingetaucht und sehr heiß ausgewogen, sodass eine möglichst trocken heiße Kompresse dann in der Lebergegend angelegt wird. Sie wird sachte angefächelt, sodass die Haut die Hitze gut erträgt. Und dann wird eben ein weiteres Tuch um diesen Wickel herumgelegt, der den Wickel dann befestigt und ein wärmendes Mollton oder Wolltuch dann nochmal um das Organ eben plastiziert, sodass sich die Wärme gut für eine halbe Stunde halten kann und gegebenenfalls auch mit einer Wärmflasche nochmal die Wärme unterstützt wird. Und die Patienten schlafen dann in der Regel in diesen Wickel ein. Ich habe Ihnen jetzt über eine Leberauflage berichtet. Die ist technisch etwas weniger anspruchsvoll wie ein Lungenwickel zum Beispiel. Ah, okay. Ja, das wird für manche vielleicht überraschend sein, aber die Leber ist ja auch das große Entgiftungsorgan und wird auch sehr, sehr gut unterstützt. Substanztuch haben Sie jetzt gesagt. Kann das auch ein Baumwolltuch sein, was jemand zu Hause hat? Genau. Substanztuch bezeichnet die Funktion und das sind Baumwolltücher. Optimal sind Mullwindeln für diese ganzen äußeren Anwendungen. Aber man kann auch eben ein dünnes Handtuch nehmen, auch für das Zwischentuch. Und wenn man keinen Wollschal hat oder Wolle nicht mag, dann kann man auch ein dickeres Badehandtuch zum Beispiel nehmen, um sich so einen Wickel selbst anzulegen. Herr Heine, wie und wann sind Sie denn zur anthroposophischen Pflege gekommen? Oh, ich habe meine Ausbildung vor 35 Jahren, glaube ich, hier begonnen, an der Freien Krankenpflegeschule an der Filterklinik, so heißt das. Das war der zweite Kurs. Dort habe ich sowohl die Krankenpflege wie auch die Anthroposophie kennengelernt. Und dann schon während der Ausbildung habe ich meine Frau dort kennengelernt. Während unserer Ausbildung ist unser erster Sohn auf die Welt gekommen. Also so hat sich das biografisch hier sehr verbunden. Ich habe in der Filterklinik gearbeitet für über 30 Jahre, habe in der Krankenpflegeschule, dem Pflegebildungszentrum hier an der Filterklinik auch unterrichtet und bin ja doch so in alle Bereiche eigentlich der Pflege hineingekommen. Und fest verbunden, wie man ja auch merkt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand macht bei Ihnen als Pflegekraft und arbeitet nicht an einer anthroposophischen Klinik, macht bei Ihnen diese Zusatzausbildung, hätte der Pflegefachmann oder die Pflegefachfrau denn die Chance, an einer konventionellen Klinik auch so mit solchen Wickeln zu arbeiten? Wie sehen Sie das in der Realität im Alltag? Ja, das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Fachabteilung sich da jemand kundig machen möchte und ausbilden möchte. Sehr weit verbreitet sind unsere Anwendungen auf Palliativstationen inzwischen, weil man doch erlebt hat, dass sich die Lebensqualität unter diesen Anwendungen so deutlich verbessert, dass die Patienten sie nicht missen wollen. Und man auch unabhängig von einer Studienlage, die nachweisen muss, dass diese Anwendungen zu Heilungen führen, auch unterhalb sozusagen des Radars einer strengen schulmedizinischen Forschungsmethodik ihren Platz haben und angewendet werden können. Und viele Palliativabteilungen ermöglichen das. Und da ist es zum Beispiel denkbar, dass man sich in diesen Bereichen bewirbt, gerade auch, wenn man eben über eine Zusatzqualifikation in dem Bereich verfügt. Aber anthroposophische Pflege ist in jedem Krankenhaus und auch unabhängig davon, ob man äußere Anwendungen anwendet, machbar. Denn sie besteht eben nicht alleine aus der Frage, eben diese Techniken zu beherrschen, sondern ganz wesentliche Frage ist die Haltung, mit der wir als Menschen mit unseren Patienten oder mit Pflegebedürftigen oder Klienten um. Was ist denn die spezielle anthroposophische Haltung? Also Anthroposophie heißt ja, Anthropos ist der Mensch und die Sophia ist die Weisheit. Es geht um die Weisheit vom Menschen. Und sobald ich einem kranken Menschen begegne, eben mir nochmal klarzumachen, er hat vielleicht Symptome am Körper und auch Symptome in seinen Funktionen. Der Blutdruck ist erhöht oder er leidet, hat Schmerzen oder kann bestimmte Dinge nicht mehr tun, ist pflegebedürftig. Und es geht nun darum, den Menschen eben in dieser Krankheit auch zu begleiten, sich selbst empathiefähig zu erhalten in einem Beruf, der doch maximal stressvoll ist. Und das auszubilden, also auch die Frage, wie kann ich mich in einem stressigen Berufsalltag doch so sammeln, dass ich den Patienten, den Klienten, den Pflegebedürftigen das geben kann, was sie in dieser Situation brauchen. Das kann man lernen. Und das versuchen wir auch in unseren Ausbildungen zu finden. Denken Sie, dass das in der konventionellen Ausbildung bislang zu kurz kommt? Ja, das spielt in der konventionellen Ausbildung eigentlich keine Rolle. Es werden Fragen nach Selbstpflege gestellt. Da wird in erster Linie darüber gesprochen, wie muss das Verhältnis von Nähe und Distanz sein. Das sind sehr wichtige Dinge. Aber wie macht man das, dass man Ekel überwindet, zum Beispiel vor Erbrochenem? Wie geht man mit einem Menschen um, der mich nervt, weil er eine bestimmte Tonlage hat oder seine Schmerzen trotzdem, ich ihm versuche zu helfen und die Schmerzmittel anwende, die mir verordnet worden sind. Er trotzdem nicht über die Schmerzen hinauskommt. Wie halte ich das aus? Wie gehe ich damit um? Diese Fragestellungen sind nicht Gegenstand der konventionellen Ausbildung. Nun gibt es ja seit dem vergangenen Jahr eine neue Krankenpflegeausbildung. Seit dem 1. April vergangenen Jahres gibt es die neue generalistische Pflegeausbildung, inhaltlich wie auch finanziell aufgewertet. Nach dem Abschluss sind Sie dann Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Und dieser Abschluss ist auch europaweit anerkannt. Sehen Sie denn innerhalb dieser neuen generalistischen Pflegeausbildung Raum für integrative Ansätze, also Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam? Naja, der Grundgedanke der Generalistik ist ja, dass man nicht jetzt einem medizinischen Fachgebiet folgend sich ausbildet, sondern dass man Pflege versteht als etwas, was vom Beginn, von vor der Geburt, mit der Schwangerschaftsvorbereitung eigentlich schon beginnt und mit dem Tod endet und mit der Sterbebegleitung endet. Und dass man genau diesen Bereich nicht mehr in Fachdisziplinen trennt oder im Lebensalter aufteilt, sondern Menschen so ausbildet, dass sie das Ganze der menschlichen Biografie im Blick haben, das entspricht natürlich einem anthroposophischen Ansatz zu 100 Prozent. Denn ein alter Mensch hat heute zahlreichste Erkrankungen, von der Zuckererkrankung bis zur Arthrose. Und jemand, der in der Altenpflege arbeitet, ist sehr gut ausgebildet dann, wenn er eben auch mit diesen Erkrankungen zu Hause oder in der stationären Altenhilfe eben tätig sein kann. Und umgekehrt, auf einer inneren Station haben wir heute sehr viele alte Menschen. Und da eben auch zu wissen, wie geht man mit einem demenzkranken Menschen um? Wie ist das Erleben eines Demenzkranken von Schmerz, von Abhängigkeit? In einer fremden Umgebung. Das brauchen wir heute auch, wenn wir in einem Krankenhaus arbeiten. Und auch die Frage der Kinder spielt eine entscheidende Rolle. In der häuslichen Pflege zum Beispiel, wenn Kinder erkranken oder wenn auch ältere Menschen erkranken, die Mutter vielleicht den Vater oder den Großvater versorgen muss, die Kinder mit dabei sind. Und auch Kinder sozusagen zu sensibilisieren für die Pflege als eine zum Leben dazugehörende Aufgabe. Das scheint mir auch da wichtig, dass Pflegende, die ausgebildet sind, Grundbegriffe der Kinderkrankenpflege, Grundbegriffe für Erziehung, Grundbegriffe für Pädagogik haben. Das ist ja alles eingeschlossen in dieser neuen Generalistik. Vielleicht noch mal für alle, die noch nicht so davon gehört haben. Es gibt dann nicht mehr den klassischen Krankenpfleger, die Altenpflegerin, die Kinderkrankenschwester, sondern es ist eine generalistische Ausbildung. Und man kann sich dann eben entscheiden mit all den Kompetenzen, wie Sie es ja beschrieben haben, von Kompetenz zur Behandlung von Kindern wie auch Kompetenzen zur Behandlung in der Altenpflege, die auf der einen wie anderen Seite gebraucht werden. Würden Sie denn sagen, mit dieser neuen generalistischen Pflegeausbildung ist da wirklich schon ein ganz großes Ziel erreicht? Im Prinzip ja. Das ist ein wichtiger Schritt. Die Art und Weise, wie die Ausbildungsverordnungen, die Rahmencurricula ausgestaltet sind, haben den Spielraum der Schulen eingeengt. Und was wir auch erleben, ist, dass eigentlich eine dreijährige Ausbildung fast nicht mehr ausreichend ist, damit wir vollständig ausgebildet in den Beruf hineinkommen können. Die beruflichen Ansprüche sind sehr, sehr gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wir brauchen eine gute Einarbeitungsphase, auch nach Abschluss einer generalistischen Grundausbildung. Und wir brauchen vor allem für Menschen, die diesen komprimierten Ausbildungsdurchgang noch tiefer verstehen wollen und auch in diesen Bereichen forschen wollen. Eine akademische Ausbildung, akademische Grundausbildung, akademische Weiterbildung in der Pflege. Der Deutsche Wissenschaftsrat hat empfohlen, dass 10 bis 20 Prozent der Pflegenden auch akademisch ausgebildet sein sollen, um den Anforderungen unseres Gesundheitssystems überhaupt gerecht werden zu können in der Pflege. Und das sind wir weit entfernt noch. Das sind Ausbildungsgänge, universitäre Ausbildungsgänge, die geschlossen werden im Augenblick, mangelsteilnehmer. Also es braucht auch für diesen akademischen Bereich eine deutliche Förderung, sowohl von staatlicher Seite, gesetzgeberischer Seite, aber auch die Krankenhäuser, die Altenheime in der ambulanten Pflege müssen die Arbeitgeber dafür sorgen, dass ihr Skill-Mix und Grade-Mix, also die Qualifikation ihrer Mitarbeiter auch die akademische Qualifikation einschließt. Herr Heine, wenn wir jetzt noch mal auf Pflegefachkräfte schauen in Zeiten der Corona-Pandemie. Da wurde für einige geklatscht, einige hat es gefreut, andere haben dann gesagt, na ja, ihr klatscht und was haben wir davon? Einige haben auch mehr Geld bekommen. Aber ist das alles, was sie sich gewünscht haben, die Pflegefachkräfte? Vielleicht darf ich doch noch mal etwas dazu sagen. Das war natürlich irgendwie rührend, dass Menschen Pflegende beklatscht haben, aber die haben auch nicht mehr getan, als sie sonst immer tun. Und dass in den Corona-Zeiten sich die Arbeitsbedingungen durch die Schutzmaßnahmen auch noch mal kompliziert haben, kann man auch anerkennen. Und Pflegende sind auch gefährdet, natürlich durch das Erkrankung gewesen, wenn sie sich nicht geschützt haben. Aber das eigentliche Grundproblem in der Pflege, dass wir letztlich eine Flucht aus diesem Beruf haben, schon seit vielen Jahren, dass über zwei Jahrzehnte hinweg die pflegerischen Arbeitsplätze in den Krankenhäusern insbesondere abgebaut worden sind. Und das zu einer sehr starken Verdichtung der Arbeit geführt hat. Dieses Problem ist natürlich nicht gelöst. Und auch nicht durch äußere Wertschätzung. Sondern das muss vor allem durch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, auch einer Verbesserung der Bezahlung, insbesondere im Bereich der stationären Altenpflege und der ambulanten Pflege, verbessert werden. Sonst werden wir in der Zukunft niemanden mehr haben, der Menschen in Krankheit, im Krankenhaus versorgt. Und Wertschätzung heißt ja auch, man nimmt wahr, dass diese Tätigkeit des Pflegens gebraucht wird. Dass es nicht alleine der medizinische Apparat ist, der da bedient werden muss. Also die Beatmungsmaschine oder die Infusion oder die Medikamente, die verabreicht werden müssen. Sondern man erwartet doch, wenn man ins Krankenhaus kommt oder in einem Heim mitgepflegt wird, dass man Menschen findet, die ein offenes Ohr haben. Die mich begleiten in einer Situation der Angst. Und wenn ein Gesundheitssystem das nicht einrechnet in seine Abläufe, dass Menschen für Menschen da sein müssen und da sein wollen, dann wird man in der Zukunft auch niemanden finden, der diese Arbeit tun will. Wenn Sie morgen ganz zufrieden und glücklich aufwachen würden und sagen, ja, jetzt ist es ein gesundes, heilsames Gesundheitssystem aus Sicht der Pflegenden. Was hätte sich dann genau geändert? Also, da freue ich mich jetzt drauf. Das würde kein Ende nehmen, das darzustellen. Aber um es mal kurz zu sagen. Also stellen Sie sich vor, Sie kommen in das Krankenhaus und Sie gehen als Pflegende auf die Station und Sie haben zunächst einmal auch eine Besprechung mit allen anderen, mit den kaufmännischen Verantwortlichen, mit den Ärzten, mit den vorhandenen Therapeuten, welche Patienten sie aufnehmen können und welche Patienten notfallmäßig aufgenommen werden müssen. Und Sie treffen gemeinsam schon diese Entscheidung anhand der vorhandenen Ressourcen. Und es ist niemand da, der sagt, wir müssen hier noch drei Patienten mehr aufnehmen, weil die viel Geld bringen. Und wir müssen niemanden noch mehr aufnehmen, aus anderen Gründen, die nicht mit der tatsächlichen Behandlungssituation zusammen. Das wäre ein erstes. Dann würde sich Entscheidendes verändern, wenn wir solche Zusammenkünfte im Sinne von Therapiebesprechungen hätten in der Zukunft. Dass insbesondere bei Patienten in kritischem Zustand, Patienten, bei denen es echte medizinische und pflegerische und therapeutische Probleme gibt, dass wir uns zusammentun und Behandlungswege finden. Unabhängig von der Angst sind wir leitlinienkonform. Welche rechtlichen Fragestellungen zwingen uns zum Handeln, obwohl wir eigentlich aus der Beziehung und der Begegnung zum Patienten zu anderen Behandlungsentscheidungen kommen würden? So etwas würde ich gerne sehen und das wäre ein Grund, diesen Pflegeberuf als schönsten Beruf, den es geben kann, weil er so umfassend ist, weil er so viele Aspekte des Menschseins ja doch berührt, dass sich diese Aspekte des Menschseins dann auch berühren lassen in einem solchen Umfeld. Diese Vision haben Sie wunderbar ausgefüllt, Herr Heine, das ist schon gleichzeitig auch ein tolles Schlusswort. Zum Schluss würde ich Sie gerne noch fragen, wie halten Sie sich denn persönlich gesund? Hätten Sie einen Tipp, was Sie tun, damit Sie sich gesund und fit halten? Ich habe keine Angst vor Krankheit. Ich habe auch keine Angst vor Pflegebedürftigkeit. Ich glaube, das ist die beste Gesundheitsgrundlage. Natürlich haben Sie recht mit der Frage, die sich notwendigerweise anschließt und wie verliert man die Angst vor dem Kranksein? Also Wissen ist das eine. Ja, Erfahrung vielleicht. Und das Vertrauen. Auch das Vertrauen, dass wir eine gute Medizin haben. Eine Medizin, die auch Schmerzen und Leiden entsprechend behandeln kann. Ja, für mich ist bedeutsam, dass Kranksein auch für mich persönlich immer ein Entwicklungsweg ist. Das heißt, wenn ich mal krank war und ich ihm hinterher sagen kann, ich durfte krank sein, also ich habe etwas erlebt, was mich verändert hat, was mein Leben reicher gemacht hat, das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um die Angst vor dem Kranksein zu verlieren. Das durfte ich an verschiedenen Stellen erleben. Ich durfte es mit vielen Patienten erleben. Das ist auch nochmal wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht können wir das an anderer Stelle nochmal vertiefen. Herr Heine, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Ja, Frau Genius, es war inspirierend, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Fragen. Und ich danke dir fürs Zuhören. Wir sind ganz gespannt, wie du über das Thema denkst. Schreib uns gern. Und wenn du Menschen kennst, die sich für dieses Thema interessieren, dann leite diese Folge gerne weiter. Wir freuen uns darüber. Bis bald. Wir hören uns. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.